So meine Lieben, ich bin immer noch hier live vor Ort für euch auf der Glow Convention und was darf natürlich dabei nicht fehlen, eine Lounge für Muttis und Vatties, ja die müssen ja auch irgendwie versorgt werden und das werden sie hier, sie werden geschminkt, sie bekommen Massagen, es werden die Nägel hübsch gemacht, es ist also für alles gesorgt. Die ein oder andere Mutti hat sich auch ein Buch mitgebracht, muss ja auch dabei sein, solange sich die Mädels austoben haben, die Muttis hier auf jeden Fall was zu tun und für ihr Wohl ist hier auch noch gesorgt, sie haben hier zum Beispiel frische DM Bio-Säfte, hier milder Apfelsaft habe ich jetzt zum Beispiel am Start, es ist für Leckereien gesorgt, also wenn die Mädels sich austoben, haben die Muttis hier auch ihren Spaß. So und jetzt gucke ich mal, was die Muttis hier so treiben und da sitzt doch gleich eine. Darf ich mal kurz fragen? Liebe Mutti! Hallo! Die Tochter ist bestimmt schon seit ganz vielen Stunden da unterwegs, richtig? Genau, richtig. Ist es anstrengend oder geht's? Ne, es geht, also hier kann man es gut aushalten. Stimmt, hier kann man sich die Nägel machen lassen, gab es alles schon, ne, sehe ich ja. Ja, richtig. Sie lassen sich das auch gut gehen, ne? Ja, muss man auch mal, manchmal. Genau. Und dann kommt die Tochter heute Abend ganz, ganz müde zurück zu Ihnen. Genau. Aber mit ganz viel Schminke wahrscheinlich. Ja, genau. Ich habe schon ein bisschen was auch. Die Muttis müssen natürlich auch noch alles halten, da wird alles immer schön abgegeben. Halt mal, Mama, bitte. Genau, richtig, ja. Wie alt ist die Tochter? Die ist 14. Die darf sich schon schminken? Genau. Sehr gut. Dann wünsche ich noch ganz viel schöne Zeit hier, ja? Ja, danke. Dauert noch ein bisschen. Ja, dauert noch ein bisschen. Sehr gut. Tapfere Muttis. Und jetzt zeige ich euch mal, wie Sie es sich hier gut gehen lassen. Kommen Sie mal mit hier, ne? Hier werden die Muttis auch geschminkt. Darf ich mal kurz fragen? Sind Sie eine Mutter eines Kindes? Nein. Nein. Hier tummeln sich auch andere Menschen, sondern? Bitte? Ich bin eine Tante, eine stolze Tante. Eine stolze Tante. Natürlich. Hier kommen nicht nur Elternteile mit, sondern auch Verwandte und Bekannte und was nicht alles so gibt. Aber wie war es denn so drin für Sie? Toll. Nicht also nur was für Kleine, sondern auch was für Große? Ja, natürlich. Also ich hatte sehr viel Spaß, sehr viel Freude und ja, viele neue Eindrücke. War echt toll. Sehr schön. Und jetzt lassen Sie es hier noch schön gut gehen. Dankeschön. Und wie ist es hier so bei dir? Wie viele Muttis und Tanten hattest du hier schon heute? Oh, ich habe gar nicht gezählt. Also es waren bestimmt mindestens 25 bis 30. Waren Sie gestresst? Es geht. War ganz angenehm. Man quatscht ja auch ein bisschen und unterhält sich und tauscht sich aus. Also es war eigentlich ganz toll, ja. Und du verwöhnst sie ja auch hier, ne? Ja. Das machst du super. Danke dir. Danke. So. Und noch mehr Highlights seht ihr hier auf diesem Kanal. Tschüss. 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 Guten Tag und coffee. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank.